Das ist der Wright, ein älterer Mischling, der auch schon sehr lange hier ist. Kleiner Hund, 40 Zentimeter. Bis jetzt wollte ihn keiner haben, ein sehr netter Röde. Freundlich, verträglich, lebt mit anderen Rüden und Hündinnen. Ein sehr netter Röde, ja, gell, du protestierst. Ist ja gut, ist ja gut.